unten ja und jetzt schießt du einfach durch den boden was beim schließt von oben ein paar wissen meter konnten er ist aber allein wo ist er denn der ist und dann bei doch ist immer noch unten auch unten drinnen das auch schon geschlossen ja ich habe von oben auf ihn ja bei der so auskommen ist du cheater der ist unten drinnen du hast du die durch den boden geschossen er ist rausgekommen du cheater du musst mir nichts beweisen okay es ist noch einer und das heißt ist schon durch ok der hat sich die smart hier runter droppen lassen geht unten was oder ja reichlich und wenn man nach unten wir sind doch schon längst alle da du bist erst als dritter hier angekommen bei wie also sag mal kommt ja auch mal nach unten so nicht mein freund aber ich glaube wir müssen die hunden schnell aufräumen weil dann kommen die von oben machen er haben das ist auch vor uns in den rücken zu vermitteln immer noch lebt das wurde mir wie bitte dass der matt doch noch erzielt er ja nicht mehr aber es gibt ja nichts mehr sehr gut hat er pult ich zumal zwei wie hast du streaks ja natürlich richtung beta charlie 5 ist die viper ja wobei jetzt hat sich weg gerannt da gehe ich aber jetzt würde ich raus über uns auf dem dach 23 über uns in drei wir hatten wir ganz jetzt nur noch ein bein die weiber so ich habe ihn angefasst das reicht mir verdammte kanten hier schießt uns aber fiesig abgeschaltet scheiße kommt zurück die klauen wir alle meine kids er musste sich schneller töten wer war das ok ich wurde irgendwie angegaußt aber das spiel erzähl mir nicht aus welcher richtung ja von links hat es gerade tatsächlich auch von wo sagst du weil heidi von links hinter mir irgendwo echo 5 echo 4 vorheimer akka 5 erkönnt gewesen sein ja die shadow cat echo 4 dora oben auf der mauer die 6 so ja der graus hat er mir die ganze zeit im rücken geschossen hat immer durch gauss zähler da oben der für die tatsächlich mit fünf graus er wills wissen ich komme nicht nur noch aus dem circle raus ich werde es kämpfen ja ich könnte links abbiegen da werde ich schneller raus aber ich will richtung aus zähler laufen ich bin eh nicht der einzige im circle graus zähler wie zu überleben komm einfach raus lass ich umbringen für das gute gefühl vom team warum bin ich kein kleiner dann wärst du schon tot wahrscheinlich 52 team der menschen dass er noch lebt muss ich gut verteilt haben mir ist nämlich unser kurs ja direkt vor die nase gesprungen unten als ich gerade selber raus gelassen habe die die haxer dann nicht abgekriegt habe alle laser